So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Update Video zu Bitcoin und Ethereum hier auf meinem Kanal. Leute, es ist etwas spät geworden, später als ich dachte, aber nichtsdestotrotz wird hier abgeliefert, ganz klar nach Fahrplan. Gehen wir Bitcoin wieder, untergeordnete Szenarien, 15 Minuten Teilframe. Wir haben jetzt heute, im Laufe des Tages haben wir hier einen Push nach unten mal bekommen. Wichtig, dass wir dieses Low rausgenommen haben, bei 25.780 ungefähr. Haben wir jetzt erstmal rausgenommen, das ist gut. Aber auch hier, dieses Low müssen wir auch noch rausnehmen, bei 25.600 ungefähr. Ja, sollten wir hier rausnehmen. Und dann, was wichtig ist, dieses Low hier bei 24.264. Und da würden wir hinkommen mit dieser Sequenz, wo wir hier drin haben, diese rote. Ich mache es mal ein bisschen kleiner für euch, damit ihr es vielleicht erkennt. Es ist so viel durcheinander, aber wie gesagt, es ist eine schwierige Situation, so wie die letzten Monate bei Bitcoin. Vieles unklar, viele Möglichkeiten, viele Szenarien. Das wahrscheinlichste ist aber für mich nach wie vor, dass wir hier tiefer gehen, erstmal. Und wie gesagt, das hier würde uns dann hier hinbringen. Stand jetzt, ja. Wir haben das 38.2er angelaufen. Wäre erstmal okay. Und wir würden dann hier mit dieser roten, nicht mit der hier, wie du was anderes, mit dieser Abwärtsbewegung, das ist eigentlich, das sollte eigentlich auch hier rot sein. Ich muss eh noch gleich was dazu sagen, hat der Lukas eine Frage gehabt. Also mit dieser Abwärtssequenz, was wir hier haben, würden wir hier runterkommen. Stand jetzt haben wir kein neues High gebildet. So wie es aussieht, respektiert der Markt das 50er. Exakt am 50er sind wir hier hochgebounced. Ja, gestern. Respektive vorgestern. Und jetzt gehen wir langsam, bilden neue Lows. Ja, und Lower Highs. Wie gesagt, es kann hier alles sein. Wir können auch hier aus Gelb, aus Weiß heraus reagieren. Das liegt bei 25.600 US-Dollar bis runter zu 25.166 US-Dollar. Wir müssen kein neues Low bilden, ja. Also, das nochmal für die ganzen Neuen hier auf dem Kanal. Ja, wir müssen es nicht bilden, ja. Es ist möglich bei Bitcoin, weil wir hier noch das 66.7 noch offen haben. Und das 61.8 eigentlich auch noch hier übergeordnet. Bei 24.188 bis runter zu 23.579 US-Dollar. Ob wir es anlaufen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wir müssen kein neues Low bilden. So, und jetzt zum Lukas. Der hat die Frage gestellt, wie ich hier auf diese weiße Kästchen komme, auf das rote hier. Ich glaube, ihr meint das hier. Das rote hier oben. Und auch das gelbe. Wahrscheinlich meinst du dieses Kästchen hier. Also fangen wir mal gleich mit dem gelben hier an. Das gelbe ist nichts anderes als das GKL von dieser kompletten Abwärtsbewegung, von dieser Sequenz, was wir hier bestätigt haben und hier gefinisht haben. Das ist das komplette GKL. Ja, das liegt bei 28.077 bis hoch zu 29.342 US-Dollar. Also angesetzt oben bei dem High 31.864 runtergezogen zum Low. Bei 24.250 schießt mich tot. Ja, das ist das gelbe Kästchen hier oben. Jetzt können wir auf den kleineren Timeframe gehen. Dieses rote hier, ja, wobei 26.737 liegt bis hoch zu 27.577 US-Dollar, das ist, hat nichts mit SK zu tun. Es ist nur für mich ein Level, ja. Theoretisch könnte ich es auch raus machen, aber das war hier auf jeden Fall vom letzten High, bevor der Impuls nach unten kam, ja, von 29.239 US-Dollar, habe ich so angelegt. Ja, man hätte es auch hier oben hin anlegen können, ja, es wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber wie gesagt, das ist nur ein Level, ein grobes Level, dass ich weiß, okay, in diesem Bereich hier, ja, nach diesem Impuls nach unten, ja, das ist keine impulsive Bewegung, sondern nur ein Impuls nach unten. Ist das hier so, das bearische Korrektur Level oder halt ein Widerstand, wenn man es so nennen will, ja, das hat mit SK nichts zu tun, das ist für mich einfach nur ein Widerstand, genauso wie hier oben, wo wir hier oben waren. Das hat auch mit SK nicht wirklich was zu tun, das ist nur für mich ein Bereich, wo ich mit meiner Erfahrung weiß, okay, hier könnt ihr den Markt, ähm, ja, bearisch reagieren, genauso wie das hier, ja. Ist einfach nur Erfahrung. Also, das war es zu dem hier, zu dem roten hier, also, theoretisch kann man den auch raus machen, ist für mich, es ist nicht wirklich relevant, ja, machen wir auch nicht raus, sonst haben wir hier zu viel rote Kästchen, werden die Leute noch mehr verwirrt, das will ich ja nicht, ich will ja, dass die Leute verstehen, was ich hier sage. So, und dieses weiße Kästchen ist einfach nur von diesem Low, das bullische Entgegensätze Korrektur Level von dieser Abwärtsbewegung, ja, angesetzt natürlich beim Low, bei 24.200 schießt mich tot und dann hier beim ersten High, wo wir hier gebildet haben, ja, also erstes markantes High, ja, nicht dieses hier, nicht dieses hier, nicht, sondern das hier, ja, das war das letzte High, bevor es dann zu der Korrektur nach unten wieder kam, da liegt, habe ich das weiße Kästchen hier eingezeichnet, ist zwar auch nicht wirklich schön, weil ihr wisst, solche Bewegungen sind immer schwierig, wenn sich danach etwas bildet, aber ich muss es für euch einzeichnen, weil es ist ein mögliches Szenario, dass der Markt schon hier raus, bullisch wendet, ja, aus dem weißen Kästchen, aus dem weißen Kästchen, ja, bei 25.613 bis runter zu 25.000 1.148 US-Dollar, ist mögliches Szenario, aber meine Primärerwartung ist nach wie vor, dass wir hier runtergehen und hier ein neues Low bilden, minimales neues Low, sieht erstmal nicht schlecht aus, aber wie gesagt, dafür müssen wir das hier rausnehmen und hier die 24.882, das 100er Extensionslevel ist auch sehr wichtig, weil wie gesagt, hier kommt ein bullischer Trendwendebereich, ja, sollte der Markt hier rausreagieren und dieses Bearish herausnehmen, dann könnte es das auch schon gewesen sein bei Bitcoin, jetzt gehen wir noch auf Ethereum, bei Ethereum gleiches Spiel, wir haben hier heute auch eine kleine Bewegung nach unten bekommen, bei Ethereum ist dieses Level interessant, die 1.592 US-Dollar bis runter zu 1.550 US-Dollar, auch bei Ethereum ist es, wie gesagt, kein Muss, dass wir hier ein neues Low bilden, ja, bei Ethereum kann dieses Low bei 1.466 US-Dollar, kann auch halten, jetzt müssen wir gucken, wie sich der Markt hier entwickelt, mit diesem neuen Low haben wir hier auch bei Ethereum, diese Bearish Sequenz bestätigt, muss ich gucken, ob die Levels noch stimmen, alle, ja, stimmt alles, und das, ja, ihr seht es hier auch wieder, genau am 100er Extensionslevel, also wir haben, diese Sequenz ist zwar bestätigt, ja, ich zeige es hier, ich zeige es euch auch noch einmal ganz kurz ein, so, aber ihr seht hier wieder, am 100er Extensionslevel genau reagiert, exakt, ja, deswegen, es kann sein, dass wir hier nochmal hochgehen bei Ethereum, ja, schwierig, das 100er Extensionslevel liegt nämlich genau, oder ziemlich genau auf dem 38,2er, von diesem bullischen Trendwendebereich, schwierig, aber auch bei Ethereum erwarte ich, dass wir hier noch etwas tiefer gehen, aber halt auch langsam eher, wahrscheinlich nicht mit einem Impuls nach unten, sondern eher korrektiver Natur, ja, das können wir jetzt hier auch sehen, dass wir hier vielleicht sogar nochmal höher gehen, ja, die 1.066 US-Dollar rausnehmen, ja, respektive 1.670 US-Dollar rausgehen, hochgehen, hochgehen, und dann von hier aus dann weiter runterfallen, wird spannend, Leute, ich kann es euch nicht sagen, ich bin etwas neben der Kappe, ich habe heute wahrscheinlich zu viel Sonne abbekommen, mir fällt das Sprechen extrem schwer hier gerade, um mich zu konzentrieren, ja, keine Sorge, kein Alkohol, ich trinke seit Jahren kein Alkohol mehr, aber, mein Kopf ist gerade ein bisschen ballaballa, okay, deswegen, wenn ich eine komische Aussprache habe, verzeiht es mir, oder wenn ich ein bisschen apathisch klinge oder sowas, okay, also, das war es dann mit dem Update-Video, wie gesagt, auch bei Ethereum gehe ich davon aus, dass wir hier tiefer gehen, in diesem Bereich, hier können wir schon bullisch nach oben reagieren, wenn nicht, dann übergeordnet warten hier unten noch die 1.431 US-Dollar auf uns, ob wir die anlaufen, müssen wir mal gucken, so, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Update-Video, wir sehen uns morgen früh zum nächsten Bitcoin und Ethereum Update, ich hoffe, ihr seid gut genug vorbereitet und ich wünsche euch dann eine wunderschöne Nacht, ich gehe jetzt auch ins Bett, bin todmüde und, ja, wir sehen uns dann morgen früh und falls euch dieser Content gefällt, dann lasst doch gerne das kostenlose Abo da, ein Kommentar, ein Like, würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen, ja, falls dir dieser Content gefällt und wenn nicht, dann lass irgendeine Hassbotschaft da, ist auch okay, Hauptsache irgendwas hinschreiben, so, liebe Leute, das war es dann und wir sehen uns dann morgen früh zum nächsten Update-Video, macht es gut, euer Joe, ciao, ciao, Leute.